Willkommen Leute zu einer weiteren Pokémon Show. Wir spielen dieses Mal Gen 3 OU mal wieder und heute spielen wir ein richtig funniges Team, denn ich habe Sonnenteam gefunden, was richtig unkonventionell ist und deshalb wollte ich das mal ausprobieren. Wir spielen hier ein Choice Band Mode Dress mit Overheat, HP Fighting für Despoter, Aerial Ace und Sunny Day. Die Taktik ist, dass wir mit Zapdos, ah nicht mit Zapdos, sondern mit Lavados, Tyranitar reinluren und es mit HP Fighting One-Shotten. Denn wir haben natürlich noch einen Sonnensweeper, nämlich Kokowal mit Sleepwater, Sunny Day, Solar Beam und HP Eyes. Dazu noch ein Selek, Barry, Heracross und Pursuit, Houndoom, was zum Beispiel Gengar trappen kann. Dann haben wir noch ein Offensive Snorlax mit Curse, Celeste Trucks, Return und EQ und ein Choice Becks Metacross. Das Team ist auf jeden Fall unkonventionell, deshalb wollte ich das mal ausprobieren. Und unser Gegner, unser erster Gegner mit diesem Team hat ein Zapdos. Da ist wahrscheinlich Snorlax unser Switch in. T-Bolt, Ok, wir gehen einfach mal auf Return oder Zapdos, dann wird er wahrscheinlich noch Metacross haben. Wir greifen einfach mal mit Return an. Vielleicht will er uns ja paralysieren, das kann ja auch gut sein. Auf jeden Fall, wir müssen mal herausfinden, ob er Despots hat. Wenn ja, wollen wir es mit Mode Dress reinluren und es One-Shot mit HP Fighting. Und dann wollen wir mit Kokowai Sweepen. So, er hat noch ein Tyranita. Ok, gut. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel in Metacross gehen. Metacross ist offensiv, aber ein Edelman Tyranita würde uns outspeeden. Wir gehen einfach mal in Heragross. Prick Break tanken wir und weil er ein Prick Break Tyranita ist, wissen wir, dass er mixt ist. Wir gehen einfach mal auf Rock Slide. Ok, er bleibt sogar drinnen. Ok, er ist drückten HP Fighting, um das Tyranita zu One-Shotten. Hoffentlich bleibt er drinnen. Also so sollte ja das Team funktionieren. Das wird mit Mode Dress das Tyranita reinluren, dann kann er das Wetter nicht mehr verändern und dann wollen wir mit Kokowai Sweepen. Mal gespannt, ob das funktionieren wird, wie ich es mir gedacht habe oder wie das Team beschrieben worden ist. Aber dass er hier drinnen geblieben ist, ist, ja, wirklich komisch. Aber es war klar, dass es ein Mixed Tyranita ist. Aber mit jeder Kampfattacke würde Tita und auch mit Megahorn würde Tita Despota einfach sterben. Also war das, finde ich, ein Ball Z-Play, der eigentlich normalerweise ein Missed Tyranita ist, der bestraft den nicht gehört. Aber das passt. Oh, warte mal. Tyranita hat eigentlich Rock Slide. Prick Break, dann Fire Blast, Ice Beam und HP Grass. So spiele ich das meistens. Da hat Tyranita vielleicht nicht, aber vielleicht bleibt er trotzdem drinnen. Ach ja, es würde so witzig sein, wenn die Attacke funktionieren würde. Aber der Gegner muss natürlich auch mal jetzt was tun. Das Witz ist, der Gegner hat den Timer ausgestellt, er hat ihn aktiviert und jetzt hat ihn ausgestellt, aber natürlich aktivieren wir den Timer. Er geht in Snorlax und wir können das Snorlax 2-Shot mit HP-Fighting. Wirklich sehr interessant. Exeggutor 198 Speed. Für was? Um Kledol-Sort-Speed? Okay, er geht in Zapdos. Wir gehen hier in Snorlax wieder. Roar und Motress kommt rein. Die Frage ist, drücken wir Overheat? Nein, wir gehen einfach mal mit den Snorlax zurück. Er T-Boltet mich. Wir gehen hier auf. Self Destruct? Wir wollten uns jetzt einfach mal boomen und Tita soll sterben. Oder? Einen Prick-Break müssten wir ja eigentlich überleben, deshalb gehen wir auf Return. So, EQ-Boom, 400, Resist, also 300, 600, 300, Self-Destruct ist stärker, Pursuit, okay, weg mit der Tyranita, gut. Jetzt gehen wir Motress rein, er geht in Zap, das heißt wir müssen hier eigentlich in Metagross gehen, sehe ich richtig, T-Bolt macht trotzdem guten Schaden. Und hier drücken wir einfach mal Boom, gegen Magneton, okay, so jetzt gehen wir aber in Houndoom, oder warte mal, müssen wir jetzt in Executor gehen, wir gehen auf Sleep Powder, das Pokémon wird eingeschlafen, er kann auf T-Wave gehen oder Snorlax, soll ein, okay, Lumberry Snorlax, okay, Sunny Day. Okay, und der Boom, der wacht ja auch gleich auf, lol, okay, gut, aber jetzt halten wir vier Runden, wo Fireblast extrem strong ist. Wir sind schneller als in Zapdos, weil es Mix defensiv ist, aber meine Feuer-Pokémon machen trotzdem noch gute Arbeit. Samy, okay, hier drücken wir Crunch, T-Bolt überleben wir, Crunch ist ein One-Shot, sehr schön. Und das letzte Pokémon vom Gegner sehen wir nicht, weil der Gegner aufgibt, okay, dann werde ich mal den nächsten Gegner suchen. Und das Team funktioniert auch ohne Chlorophyll-Sweeper-Kokowai, sehr interessant. Genau das ist, was ich sehe. Er fängt mit Titan, wir gehen auf HP Fighting und können das Ding One-Shotten, ob der Grid notwendig war, ich denke nicht. Wir wollen auf jeden Fall die Sonne setten, sobald wie möglich, natürlich ein Grid-Surfer als Rache. Die Frage ist, bleibt er hier drinnen? Ehrlich gesagt, gehen wir einmal auf E-T-U-E, er geht in Fortress rein und wir können hier einfach mal in Houndoom gehen. Sunny-Day drücken, er wird rauswechseln in Suicune, okay. Wir können hier eigentlich in Kokowai gehen, oder? Er wird höchstens sehr verdrücken, aber dann können wir auch in ein Meteor-Gross gehen, was guten Schaden machen kann. Oder in Snorlax, hm. Wir gehen in Exeggutor. Und drücken einfach mal in Solar Beam oder Sleep Powder, okay, Solar Beam. Das Ding macht guten Schaden, ja, wow, okay, das passt. So, Heragross, da drücken wir immer Megahorn gegen Zapdos, okay. Das ist gut, Chip sogar, sehr schön. Hier ist immer Snorlax, unser Switch in unsere spezielle Defensive Wall, in Anführungszeichen. So, und hier wollen wir mal boomen. Er geht in Metagross. Metagross bekommt sehr guten Chip. Wir gehen in Lavados, maybe. So, Suicune ist angechippt. Okay, Rescom and Roar, dann ist das noch ein... Rescuen vielleicht, da müssen wir ein bisschen aufpassen. 35% können wir das mit Heragross auch machen. Also, vielleicht gehen wir in Houndoom. Die Frage ist, kann Houndoom 35% von der Suicune machen? Ähm, ja, Heragross ist wahrscheinlich besser, denn... Ich will nicht, dass er seinen Suicune hochheilen kann. Das wäre wirklich sehr bedrohlich und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Denn wenn er dies tut, wäre das nicht so gut. Aber Leute, ich muss sagen, wir spielen ein richtig unkonventionelles Team. Pokémon, die man nicht oft sieht. Ich war ja schon von Kokowai ein richtig guter Fan. Nicht von den Sunny Days, sondern von den normalen Sleeper oder Psychic Executor. Dann spielen wir nach Houndoom, was auch irgendwie Müll ist. Snorlax ist es auch in Twin 3 nicht mehr so gut. Also, ja, das Team macht wirklich sehr viel Spaß. Was ich denke, auf jeden Fall, dass man immer das Terranita besiegen muss, dass das Team funktionieren gut. Wenn der Gegner kein Tita hat, was eigentlich jetzt nicht so oft vorkommt, denn wer spielt nicht Tita? Tita ist der auf das beste Pokémon Engine 3. Aber nun gut, ich werde mal cutten, bis der... Okay, ich brauche nicht mal. So, Megawarn macht guten Schaden. So, Toxic. Wir gehen hier einfach mal auf Rocksled. Wir sind schneller, okay. Es ist ein defensives Zapdos wieder gewesen. Gewesen sehr schön. Gut. Kokua ist jetzt immer noch gut, da es eigentlich sehr viel HP hat. Vielleicht Meter Mesh auch von... Metagross Tank, solange er nicht Choice-Banded ist, haben wir von dem Ding schon etwas gesehen? Nein. Aber sobald die Sonne draußen ist, können wir so viele Sonntage spammen, wie wir wollen. Und Fire Blasts. So, Sunny Day. Pursuit Houndoom wäre zum Beispiel auch für Gengar gut. Aber Pursuit brauchen wir in diesem Kampf auf keinen Fall. Schade. Schade. Es stirbt leider. Schade. Mothress. Okay. Da gehen wir auf Overheat. Ein Puppen stirbt auf jeden Fall. Das ist also ein Claydol. Oder auch nicht, dann killen wir es jetzt. Oder gehen wir Fortress. Okay. Overheat macht auf jeden Fall trotzdem noch guten Schaden. So. Okay. Metagross. Okay, es ist wirklich ein... ein Suicune mit dieser Attacke. Aber wir gehen einfach mal auf... Können wir hier rauswechseln? Er wird ja rauswechseln, aber... Oh, wir gehen in Mothress wieder. Wir könnten Choice-Banded Relays drücken. Oder wir gehen in... Wir gehen in... Er hat ja schon ein Puck, was schläft. Exekutor ist deshalb gerade nicht so gut. Aber die Sonne aufzusetzen wäre generell gut. Vielleicht sogar... Wir gehen einfach mal auf Meter Mesh. Und zu scouten. Okay. Fortress. Wir machen auch keinen Schaden. Auf jeden Fall. Wegen dem Mothress. Also ich sehe es da auf Fortress nicht so oft. Aber ich dachte, er würde eher... Wegen dem Mothress nicht so oft sein. So... Ähm... Heracross. So, er schläft auf jeden Fall jetzt noch eine Runde. Wir gehen auf Schwertand. So, Toxic Spikes. EQ Counter. Also das Fortress ist, ist keine Bedrohung für uns. Das ist mal gut. So, jetzt gehen wir auf Sub. Er geht in Claydol. Wir haben Sub. Wir gehen auf Megahorn. Egal. So, Megahorn. Okay, EQ killt unseren Sub nicht. Aber Explosion. Ähm... Das ist wirklich unfortunate. Aber... Fortress kann eigentlich nur mit EQ angreifen. EQ macht nicht so viel Schaden. Wir hätten auf jeden Fall das Game schon gewonnen. Das sage ich euch. Hätte... Megahorn schon beim ersten oder zweiten Mal getroffen. So, nochmal Schwertanz. Bitte break nicht den Sub. Schade. Dann greifen wir mit Rockslider an. Wir machen sehr guten Schaden. Er killt uns. Obwohl das vielleicht sogar eine Roll war. Wir gehen in Modress und drücken Air Relays. Hm, hm. Choice mit Air Relays macht vielleicht trotzdem guten Schaden. Suicune ist nicht angechippt. Das ist ein Problem. Okay, Suicune. Wie viel Schaden machen wir gegen Suicune? Nicht einmal irgendetwas. So wie den Executor. Und gehen hier auf Sunny Day. Er kann sich mit Suicune Setup, wenn er will. Aber wir drücken hier immer Solar Beam. Wir tanken auf jeden Fall in Surfer. Er kann Brüllertill drücken. Aber er wird, wie wir im letzten Kampf gesehen haben, ca. 70% Schaden bekommen. Ja, 73%. Roar. Okay. Modress. Mit Air Relays können wir das Suicune besiegen. Okay, bitte macht trotzdem noch guten Schaden. Okay. Hm, hm. Also ich feiere dieses Team. Dieses Team ist richtig unkonventionell gut. So, Metagross können wir hier wegwerfen. Er boomt sich auch noch. Okay. Wir gehen in Modress. Denn Air Relays reicht immer aus, um dieses Suicune zu besiegen. Und wenn die Attacke nicht ausreicht, hätten wir immer noch theoretisch Kokowal mitzahlen. Sonnentag gehabt. Also wäre das SCAR kein großes Problem gewesen. SCARMARY Ich will hier auf HP Fighting gehen. Wir gehen weiter auf HP Fighting. Ihr denkt sicher nicht, dass wir Joyce Benetton. Er geht in Tita. Und Tita ist ein One-Shot. Das fühlt sich richtig gut an. Das war ein richtig ballsy-play, finde ich hier. So, Snorlax ist unsere spezielle defensive Wall. Auch wenn das Ding schaden mir kommt. So, wir gehen in Executor. Ähm, Spikes sind blöd. Er wird hier nicht drin. Wir gehen einmal für Return, wenn er vielleicht drinnen bleibt. Okay, Hydro-Pompe geht daneben. Sehr schön. Dann haben wir noch Snorlax. Snorlax können wir uns aufbalten. Vielleicht wollen wir boomen. Metagross. Da gehen wir in Modress, oder? Nein, Modress brauche ich noch. Houndoom ist auch sehr gut, muss ich sagen. Der wird hier auf Erdbeben oder Meteorash gehen. Nie auf, never auf Rockslide. Ich war dumm. Warum soll er nicht auf Rockslide gehen? So, wir gehen auf Houndoom und drücken hier Fireblast. Modest. Sehr effektiv, Plus-Step. Fireblast wird auf jeden Fall ausreichen. Das war vielleicht ein Mistblech. Warum habe ich Snorlax nicht weggeworfen? Vielleicht brauchen wir noch Snorlax. Also die Frage brauche ich mir jetzt doch nicht stellen. Ich hätte in unser eigenes Metagross gehen sollen. Und das ist ein One-Shot. Oh ja, Hundemann. Das ist das erste Mal, dass ich Hundemann richtig gut effektiv hier in dieser Gen benutzen kann. So. Entschuldigung. Wir gehen einfach mal in Metagross. T-Wave, okay. Wir gehen nun in Executor oder hat der Batten Pass. Wir gehen in Kokobuy, er hat Scum, wir gehen auf Sleep Powder. Hoffentlich können wir Scum einschläfen. Wir haben eine Lumberry, die sich wirklich etwas bringt. Das muss ich schon sagen. Sunny Day. Okay, jetzt gehen wir in Hundemann. und Leute, Fireblast macht jetzt enorm Schaden. Weg mit Scum. Eine Attacke von Blitzer können wir auch tanken. Da werden wir einfach Feuersturm drücken. Und wir haben bis jetzt noch keinen Pokémon gesehen, mit dem wir Houndoom trappen können. Mit dem Houndoom ein Pokémon trappen kann. Besser gesagt. Vielleicht Claydol später, aber... Wirklich. Dieses Team ist richtig cool, macht viel Spaß. Leute, probiert das Team selbst aus. So, Metagross. Ähm... Ähm... HP Fighting. Wir predicten Arcanine. Okay, schade. Schade. Okay. Ähm... Wir gehen in Snorlax. Arcani. Spielt man eigentlich Schreusband? Okay, das war Rock, maybe? Wir gehen einfach mal auf Erdbeben. Er geht in Celebi. Okay. Wir gehen da in Houndoom eigentlich. Das ist eigentlich der richtige Play immer. Leech Seed. Und Fireblast. Der wird... Ah, damn it! Okay, wir gehen in Heracross. Oder... Wir haben Speed ihn, also wäre Heracross auch schneller. Und deshalb gehen wir auf Megahorn, um dieses Pokémon zu One-Shotten. Das ist, finde ich, der richtige Play hier. Er kann in Arcanine gehen. Warum trifft Heracross nicht mit seinem Megahorn? Fireblast hat auch nicht getroffen. Damn it! Das wäre zweimal ein totes Celebi gewesen. Auch wenn wir weggehext werden. Oh, ist das ein spezielles Arcanine oder was? Okay, dann ist Snorlax auf jeden Fall das beste Pokémon dafür. Ich frage mich gerade, kann Arcanine Morning Sun? Flames Roar macht guten Schaden. So, wir werden uns hier leider boomen müssen. Denn Arcanine auf Plus 2 ist trotzdem eine Bedrohung. Das muss man schon sagen. Weg mit der Arcanine. Dass Arcanine so bedrohlich ist. Aber Leute, bevor ihr spezielles Arcanine spielt, spielt lieber spezielles Ente in dieser Gen. So, wir gehen hier in... Outress oder Houndoom? Wir gehen in Houndoom. Dann gehen wir in Salamence. Okay. Dann gehen wir in Metagross. Ah, Salamence wreckt uns komplett. Das merke ich gerade. Wir gehen in Metagross. Die Dance. Okay, da boomen wir uns einfach mal. Ein Attack auf Plus 1 von Salamence tanken wir. Aber wir müssen das Ding auch gleich weg besiegen. So, jetzt können wir wieder in Hundemon gehen. Auf jeden Fall. Wir boomten uns jetzt zweimal. Ah, Snorlax auch noch ernsthaft. Ähm, ja, Executor wäre mit Boom wieder richtig cool gewesen. So, ähm... Motress maybe? Ja. Curse. HP Fighting. Wie viel macht HP Fighting? Nichts. Null. Nada. Dann gehen wir in Executor oder... Ja. Und drücken Sleep Powder. Es hat zum Glück keine Chesterberry. Also passt das Toxic. Zum Glück haben wir eine Lumberry. Am Anfang dachte ich mir, dass die Lumberry nichts bringt. Aber die ist sogar recht... Ja, sehr nützlich sogar. So. Ähm, was macht mehr Schaden? Sunny, Soda Beam spammen immer. Oder ja. Okay, denn da wacht natürlich gleich auf. Da wacht ja natürlich gleich auf. Okay. Das war jetzt nicht so vorgesehen. Sleep Powder will ich nicht drücken. Ich will den Chip. Und jetzt wollen wir das Ding mit einem Houndoom Fire Blast killen. Normal, wenn sie spielt, man kennt Fick Fat Snorlax. Man spielt immer Immunity Snorlax. Das ist... Das ist... Was ist das für ein Snorlax? Oh, wir müssen Harrowcross gehen und Rock Slide drücken. Oh, das ist traurig. Joy Spend Overheat Moonfriss. Hält nicht nur Fire Blast. Ehrlich gesagt. Wir drücken ihr Schwerts ans. Psychic tanken wir. Natürlich triggert die Lumberry nicht. Ach, fuck it. Sub. Okay. Damn it. Hätten wir Fire Blast, hätten wir das Game gewonnen. Oh. Perish Song. Jawohl. Perish Song. So, wir können das Game aber noch gewinnen. Wenn wir mit Overheat immer gritten, gewinnen wir nicht das Game. Weil unser Overheat nicht trifft. Aber Leute, ich hoffe, dass euch der Park gefallen hat. Mir hat er wirklich auf jeden Fall so viel Spaß gemacht. Dieses Team ist richtig cool. Es ist auch wirklich sehr gut. Wir hätten das Game auch gewonnen. Hätten wir an die Hacks besser auf unserer Seite gewesen. Hätten wir an Fire Mist Pro Motors. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Auf jeden Fall Leute, danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.